Ich bin heute in der alten Försterei und das Abschlussspiel mit Ines und von Freunden ist eine überkrasse Stimmung hier. Doch ist das Spiel nicht gelaufen, kann natürlich sein, nachher alle traurig sind und wir weinen. Ich melde mich dann danach nochmal. Das ist die ganz, ganz große Sonne. Oh, ist das geil! Wow, das ist so geil! Ja, ja. So geil! Ich war noch nie in einem Fußballstadion hier, ist so geil! Ich versuche mich nicht zu begeistern, die ganze Zeit, aber hier ist es voll gut hier! Ja! Zeig mal den Leinwand! Der Jogi, der ist größer als David, sein Penis! Ja! 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 Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Ist das ein Showdown? Der Weltfußballer, 4 und 8 Lander, 2 9 bis 2, gegen den Welch Terrier. In der letzten Minute der Verlängerung in Mabakana, nur noch ein solcher mehr wie ein Messi ist. Der Weltfußballer! Der Weltfußballer! Der Weltfußballer! Der Weltfußballer! Eine gute Explosion bei der deutschen Fächer! Bleibt ab, du Pfeife! Jetzt sehen wir die Klostersweide noch. Wie lange geht das noch so weiter? In der Endkluß schleift der der Fußballgeld. Wie deutsch! Meine Hände sind einfach krass! Ich kann überhaupt nicht das Hände aus! Nichts! Nein! 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 Sai! Nee! incarnation- tying isen WOOOOO! Untertitelung. BR 2018